Stadteinwärts von den Gleisen 1 bis 3, Stadteauswärts Gleise 4 und 5. Die nächste S8 nach München Flughafenterminal in Welsfunk Bahnsteig 5, voraussichtlich dem entgegenüber mit Abfahrt 19 Uhr 24. Für weitere Anschlussmöglichkeiten oder Bahnsteigsänderungen nach 10 München Ostdorf, die Lautsprecher durchsagen und die Anzeigen an den Bahnsteigen. Wir verabschieden uns hier von allen Fahrgästen, die aus und umsteigen, dann Quirabit Fahrtwitsch noch gute Weiterfahrt und ein schönes Restwochminde in Nixa-Helte, München Ostdorf, Stiegfahrt Richtung rechts. Und achten Sie bitte beim Aussteigen auf all Ihr Gepäck, Ihre Weggegenstände, dass Sie alles bei sich tragen und Exports vergessen. Auf Wiederschauen. 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 Die Strecke ist in der Strecke, in der Strecke, in der Strecke, in der Strecke. Im Abschnitt A und B. Abfahrt durchschnittlich 19 Uhr spiel. Vorsicht bei der Anfahrt.